Zocker-Undi Herzlich Willkommen bei Zocker-Undi Let's Play. Wir spielen heute State of Decay Breakdown. Na, was geht mit ihm? Leiste Hilfe im Austausch gegen Ihre meistverhandene Ressource. Sehr gerne. So, jetzt hilft er uns. Dann würde ich sagen, wir machen die Infektionsherde jetzt platt. Der hilft uns. Das heißt, es sollte ohne Probleme... Ey. Machbar sein. Es ist ein bisschen dunkel. Das heißt, Licht kann nicht schaden. Und zwar diesen Infektionsherde hier. So, kommst du mal bitte. Ja. Ah, da gehen sie alle beide mit. Geil. Jetzt habe ich schöne Verstärkung. Ja, dann werden wir das doch auch schaffen, denke ich, oder? So. Los geht der Spaß. Ich schau nochmal kurz... Diese Waffe... Ja, also allzu lange wird sie nicht halten. So, das muss vor mir sein hier. Da sind sie alle. Schade, dass wir jetzt keine Bombe haben. Oh. Ey, du Arsch. Ich glaube, es hackt da. So, da geht es ordentlich zur Sache. Die rotten wie aus, die Schweinepriester. So, und du? Du glaubst, du kannst den kommen? Er ist tot. Den müssen wir so erledigen, weil das ist so ein Stinker. Ja, und weil wir schon mal hier sind, schauen wir natürlich, was hier los ist. Also, was Schönes gibt. Hm, das sieht gut aus. Den zweiten Infektions-Set werden wir natürlich auch gleich beseitigen. Also, wenn wir schon mal hier sind, so auf die Art. Zack, zack. Äh, was machen wir mit dem? Den nehmen wir auch. Einen Rucksack kann man immer brauchen. Und was ist hier Feines? Oh. Oh. So. Schön umschauen. Ja, es dauert ein bisschen länger bei den großen Kisten. Ich hoffe, da ist eine schöne Beute drin. Wir haben etwas gefunden. So, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so gesund. Aber wo sind denn meine Kumpel? Oh, alleine kann ich den zweiten aber nicht machen. Gut, dann würde ich sagen, ist okay. Wir haben es ja geschafft. Gehen wir wieder zurück. Oh, da ist einer. Der möchte etwas von uns. So, hauen wir ab. Oh, scheiße. Das ist so verdammt Zeit. Kleinen Scheißer. Ich bin etwas erschöpft. Wir müssen das zurücktragen. Äh, müde ist sie nicht. Ja, ja, ey, mach ich doch schon. Äh, chill doch mal. Alles nach dem... Eins nach dem anderen, oder? So, rüber. Zack. Und lauf, lauf. Beziehungsweise nicht laufen, aber zumindest... Ja, ein bisschen joggen. Ich habe nichts left. Na, komm. Ja, das ist mir schon klar. Ich brauche... Oh, wir nehmen mal einen Snack hier. Dann können wir wieder laufen. Hallo? Ah, ich will gegen die Tür laufen. Das ist ja auch cool. Wir brauchen... Also, warte mal. Das lassen wir. Weil eine zweite Waffe kann man immer brauchen. Das geben wir ab. Und wir nehmen uns ein bisschen... Irgendwas zum Heilen. Aspirin haben wir hier. Ibofen. Ja, das ist auch okay. Einen Schalldämpfer nehmen wir sie auch gleich. Gleich, Munition werden wir wahrscheinlich nicht haben. Das vermute ich jetzt mal stark. Nein, aber das ist schon okay. Was? Der Schalldämpfer geht nicht. Okay, dann gebe ich ihn wieder zurück. Gut, dann einmal bitte Ibofen. Ein paar Tabletten. So, wie sieht es denn hier allgemein aus? Was haben wir? Was brauchen wir? Wir brauchen Munition auf jeden Fall. Essen haben wir genug. Wir brauchen Medizin auf jeden Fall. Und Baumaterialien, sage ich mal, die können auch nicht schaden. Ist der Wachtturm fertig? Ja. Nice. So, was ist das hier? Entfernen. Gut. Einen Sniper. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen Medizin. Bitte, danke. Wie viel habe ich jetzt eigentlich so Prestige und so? Wo steht denn das hier? Oh, haben wir schon einige Punkte? Oh, es geht schon was vorwärts hier bei uns. Bisschen war es halt, ne? So, ähm, wo steht das mit Prestige und so? Das müssen wir jetzt suchen. Ah, hier. Ähm, Arbeit. Hä? Die, die arbeiten oder was? Okay. Ruhm. Einfluss habe ich mehr wie Ruhm. Das heißt, es wird dann weggehen. Da sollte ich was mitnehmen. Was zum Heilen zum Beispiel wäre auch nicht schlecht. Ähm, weil, brauchen wir sicher wieder. Gut, dann nehmen wir da mal was mit. Oh, ich möchte lieber das haben, ne? Warte mal, zwei. Ah, das hat so viel Gewicht. Das verkauft mal. Wir nehmen das hier. Aber nur mitnehmen, nicht gleich benutzen. Und ein bisschen, ja, Aspirin-Schaden, nee, ich sag's mal so. Boah, die kann aber nicht viel tragen, ne? Aber ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. So, was machen wir jetzt? Den Infektionszeit in der Nacht, das möchte ich gerne vermeiden. Äh, hilft dabei, ein Zombie mit der Schutzweste zu vernichten? Das machen wir doch sehr gerne. Da fahren wir aber mit dem Auto hin, weil, äh, ja, ihr wisst ja, ein bisschen weit ist schon. So, da müsste jetzt eine Entstellung sein da oben, der diese Penner abknallt. Das finde ich klasse. Ein Auto reparieren ist auch nicht so unser Ding. Wir brauchen eine Werkstatt einfach, ne? I'm on the move. Okay, watch out the move. Ich move schon. So, wir müssen längst, das heißt, wir fahren mal durch den Wald hier. Oh, oh, oh. Das war wieder so eine super Idee von mir, Leute. Guck mal hier runter. Ich seh nix. Ich würde mal sagen, nein. Ja, auf der Straße wären wir fast schneller gewesen. Super. Meine Einfälle, die besten Einfälle, ne? So, hier geht's lang. Da können wir auch ein anderes Auto nehmen, weil die Karre ist ja schon wirklich im Arsch. So. Gehen wir da rüber. Die Karre ist zwar nicht besser, aber zumindest unbeschädigt, ne? So, hau mal ab. Wir müssen nach links. Fahr mal hier. Der soll mir helfen. Alles klar. Wir steigen aus. Hey, Karre, bleib schnell. Die brauche ich noch. Wo? Ah, hier ist was. Warte kurz. Warte, ich bin's gleich. Ja, warte, Moment. Oh, ich komme ja schon. Wo bist denn du? Oh, es sind einige. Hey! Hallo! Also mal, willst du mich verarschen? Hängt hier fest. Deine Schutzwesten helfen nichts, wenn ich mit dir fertig bin. Oh, das sind ja einige. Au! Hey, beherrscht euch! Das sind einige. Wir müssen uns schnell heilen, heilen, heilen. Aspirin. So, das war nicht easy. Aber ist schon okay. Da kommt noch so ein Scheißer. Und weg ist er. So, haben wir das geschafft. Mission starten? Ich dachte, das war eigentlich die Mission. Okay. Na dann. Ist kein Problem. Wir erledigen alle. Da sind zwei solche Pissnelken. Ist die rüberkommen, bin ich in Pension. Sind die Deppen? Ach, komm. Lass die hier in Ruhe. Hier gibt es interessantere Dinge. Hopp. Da irgendwo muss er sein. Vielleicht finden wir auch was Cooles. Würdest du jetzt kommen? Ich bin ungern alleine hier. So sicher ist nämlich hier auch nicht, glaube ich. Hier gibt es was. Hier können wir was mitnehmen. Wo bist'n du? Boah, da sieht man ja ganz viel. Oh, scheiß dich an. Die ist da drüben irgendwo. Ja, ich helfe dir. Ich muss nur wissen, wo du bist. Alles klar. So, alles klar. Hammer. So, dann such mal nur die Bude, wenn wir schon hier sind. Du kommst nicht mit, nehme ich an, oder? Da ist nix. Da ist etwas. Das nehmen wir doch dankend an. So, jetzt rufen wir. Wie geht das schnell mit E? Na, scheiße. Ja, dann müssen wir es öffnen und so mitnehmen. Das ist zwar Verschwendung, aber nirgends nicht anders geht. So, hau mal wieder ab. Hallo, Zombie. Guten Morgen. So, das haben wir gecleant. Wo ist mein Auto? Das ist irgendwo draußen. Was? Hilf. Es hilft, allen Horden zu zerstören. Ja, ja, ja. Das ist mir schon klar. Ähm. Wir fahren hier hin. Zu unserem Home-Suite-Harm. Hammer erledigt, den Auftrag. Super, super. Was kriege ich eigentlich dafür? Prestige oder irgendwas muss ich ja kriegen. Ich glaube, ich habe einen Platten. Oh, das sieht nur so aus. Schön rübersliden hier. Ja, und los geht's Richtung Base. Wir könnten diese eine Zombie-Horde da noch platt machen. Ich meine, um Weg liegt es jetzt nicht, aber so gut wie. Wo ist denn die Zombie-Horde? Schauen wir kurz. Die ist da unten. Gut, dann lassen wir das. Das packen wir zivilisiert ein. Dann haben wir wieder ein neues Auto. Ey, der raucht, ja. Die halten ja gar nichts aus, die Karren. Immerhin habe ich das zu Hause jetzt ein bisschen gesichert, weil das ist ja Wahnsinn. Die sind ja in das Haus vor rein. Also, absolut nicht lustig. Hörst du mal auf zu lecken. So, bitteschön. Ich habe wieder was gebracht. Noch was, noch was, noch was. Das gebe ich auch noch ab. Und einmal nehme ich Schmerzmittel. Ah, noch einmal. Einmal nehmen wir es nämlich gleich. So, was können wir machen? Sprich mit ihm. Vernichte ein paar Zombies und plaudere ein bisschen. Der hat Moralprobleme, oder was? Der Israel-Blocker. Schauen wir mal, schauen wir mal, was mit ihm los ist. Das müsste hier doch stehen, oder nicht? Eisreisen in letzter Zeit durch den Wind. Aha. Ja, das wird es sein. Jetzt müsste er hier stehen. Gut, dann machen wir halt, wenn es dir hilft. Bisschen Moral schadet nicht, ne? So, wo will er hin? Schauen wir mal. Es ist gleich in der Nachbarschaft. Das können wir zu Fuß erledigen. So. Ich hoffe, da kommt keine Zombie-Horde oder so ein Mist auf uns zu. Ja, eigentlich ist schon eine Zombie-Horde da, aber... Ein bisschen weg sind sie auch, ne? Gucken wir mal, nicht, dass die da runter gehen jetzt, ne? Kommst du? Ich glaube, da geht's runter. Jo. Ah, die Zombie-Horde kommt zwar auf uns zu. Oh, 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 oh. Nein, ich glaube, jetzt bin ich wieder in diesen Bug reingehüpft. Oh, scheiße. Oder? Ne, ich komme raus. Glück gehabt diesmal. So. Was ist hier los? Oh, scheiße. So, ihr Scheißer. Ja, ja, ist klar. Komm her. Alles klar, aber bevor wir nach Hause gehen, schauen wir mal, was hier so rumliegt, wenn ich schon hier bin und so. Man kann ja immer alles Mögliche brauchen, ne? Oh, da ist eine Zombie heute, also bitte mach das leise jetzt. Oh, eine schöne Pistole. Yeah. Das ist fucking sweet. Haben wir einiges gefunden. Hallo, das bitte auch. Und leise bitte. Schst. Mach das leise. Tussi, du. Das war immer so viel Lärm machen müssen, ne? So, wir essen gleich mal ein paar Pillen. Und ab nach Hause. Dummerweise hängt hier eine Zombie-Horde rum, aber naja, das soll jetzt nicht das Problem sein. Die können wir umgehen. Boah, zwei Zombie-Horde. Wow, 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 wow. Da werden wir jetzt laufen, Leute. Da werden wir laufen. Ich sammle jetzt noch, äh, Energie. Und dann run, bevor die wirklich nur kommen hier. Sie sehen mich nämlich gleich, dummerweise. Hier sind sie, irgendwo hier. Drei Zombie-Horde. Ey, wollt ihr mich rollen, Leute? Scheiße, die müssen wir platt machen. Komm mal rein da. Wir müssen jetzt ein bisschen deffen hier. So, eine haben wir beseitigt. Sehr schön. Es gibt ein bisschen Moral auch. Jetzt die da vielleicht noch. Kommt ihr? Hallo? Hammer auch. So. Reich zwei kriegen wir auch noch. Super, Hammer. Erledigt. Das war schon wichtig. Hier kriegen wir Baumaterialien oder so, was ich so mitkrieg. Was kann ich nehmen? Sehr schön. So, was ist mit euch beiden? Yo, what's up? Ist immer was ab. Da sehe ich, was die alles haben. Ja, diese kleinen Rucksäcke, die braucht da eigentlich eh niemand. Oh, die haben Munition. Na dann, gebt mir mal ein bisschen. Ja, jo, es ist schon klar. So, was hast du noch? Sonst habt ihr jetzt nicht so viel. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi, let's play. Tschüss. Amo? Musik